Das heißt... Miss. Okay. Ja, ich traue dem Ganzen nicht, nachdem was auf der anderen Seite damals passiert ist. Wo ich mich zurückziehen wollte und in der Gegnermeute gerannt bin. Aber hier gehen diesmal die Tür nicht zu. Und ja, es sind nur zwei von denen. Kann ich ruhig mal etwas von meinem... ...Energy verbrauchen. So, Fumium. Oder muss ich hier erst manuell schließen? Dass was Böses passiert. Gideon De Wurst Library... ...Devaro, oder wie man das wahrscheinlich ausspricht. Library Section Director. Mhm. Und hier haben wir... ...Lisa Henningen. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt... ...hier was getriggert haben. Könnte hier überhaupt irgendwas eine Falltür sein? Sieht für mich jedenfalls nicht direkt danach raus. Gut, dann gucken wir uns erst die Büros an. Dafür brauche ich den Golden Key. Es versucht zu sprechen. Okay. Kumpel, ich bin so hinter dem Zeitplan. Ich habe nicht eine Sache getan... ...an dieser offiziellen Wellenlänge. An dieser offiziellen Wellenlängen-Forschung in den letzten zwei Wochen. Ich kann mich... ...kann mir ja nicht helfen. Gefangen... ...bei den... ...K... ...Chants. Also Chants, nicht Ketten. Naja, ich denke mal... ...übersetze es mal frei. Gefangen bei der Faszination des Kerns... ...die ganzen Tag. Ich hoffe, diese gefakten... ...Ergebnisse... ...werden das Management... ...solange zufriedenstellen. Musik ist eine Sprache... ...und ich muss den Code heraus... ...ääh... ...entschlüsseln. Es ist nur meine persönliche Mission. Es versucht zu sprechen. Hier im Haul-Audio-Analysis-System. Ah... ...das wird jetzt ein bisschen... ...schwierig. Das ist wiederum... ...schön. ...auser... ...es gibt hier... ...irgendwie... ...einen Mechanismus... ...wie man die Sachen... ...den Leuten in die... ...Büros legen muss. Büro-Ideology... ...ist der hier... ...Fiction... ...ah... ...soviel dazu... ...au... ...kleine Mistviecher... ...ah... ...erst mal dir Leben entziehen... ...woah... ...das war knapp. So... ...ich hasse diese Viecher. Ha... ...ich kann dir den Rücken schießen. Leider kann ich nicht... ...so weit schießen. Und da ich dich ein bisschen... ...ernster nehme... ... benutze ich lieber... ...meinen Speedboost... ...und manövrier dich aus. Und das Problem ist... ...du manövrierst mich auch aus. Oh... ...81. Schön. So... ...was hast du dabei? Ein bisschen Munition. Okay. Ist aber diesmal... ...kein Turm hochgefahren. Gut. Und ja, das meine ich... ...ich brauche ein bisschen... ...ähm... ...genau... ...recharge Speed. Es gibt mir nämlich auch... ...einen Punkt in Tech. Tech... ...erhöht meine Energy... ...und mein Gadget Damage. Ach ne, das ist Recharge Speed. Das hier brauche ich... ...Fusion Conversion. Das hier... ...sollte ich wirklich... ...freischalten. Weil dadurch kriege ich... ...mehr... ...ääh... ...Fumium durch Gegner. Hm. Das hier ist auch cool. Das ist Live Leech pro getötetem Gegner. Das sollte ich mir wirklich überlegen... ...ob ich da hin... ...gehe. Oder ob ich einfach... ...bei den... ...3... ...4 Sachen bleibe... ...die ich sowieso schon steigere. Zum Beispiel... ...das hier... ...wär auch nicht schlecht. Mal wie ein Forcer... ...dass ich 15% weniger Schaden kriege. So, jetzt aber nochmal zurück hierher. Das lässt sich immer noch nicht öffnen. Und zwar ja... ...die beiden Büros hier. Physik. Da... ...Physics könnte Mechanik sein. Und... ...Engineering. Weil ich hab so das Gefühl... ...dass das hier bei dem rein gehört. Das hier sind Leader. Das hier sind... ...Beromenuals. Das klingt so, als ob das zum Direktor auf der anderen Seite muss. Das ist Engineering. Soll ich mir mal aufschreiben. Engineering. 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 Physics. Physics. Und ja, ich hab Physics falsch geschrieben, oder? Ja. Physics schreibt mal mit... ...Y. ...Y. Ja. Und nicht mit K. Das ist nicht... ...deutsch. So. Na gut, sagen wir so. Ich hab hier ein... ...Engineering-Buch. Ich hab hier auch... ...Supreme Bureau Manuals. Und die hier... ...Klingen irgendwie... ...wie äh... ...Geschichten eigentlich. 20.000 Leaks... ...Under the Sea. 20.000 Leaks... Ja, das ist Jill Vare natürlich. Das ist 20.000 Meilen unter dem Meer. Aber ganz ehrlich, haben wir hier... ...irgendjemanden, der... ...garde Zeug liest? Ja, Fiction. Sie hier. Also, sie ist Fiktion. Bei ihr könnte das nämlich... ...passen. Und er ist Bureau Ideology. Das heißt eigentlich... ...bei ihm könnte ich gleich schon mal... ...ähm... ...tauschen. Und das ist Physics, ja. Nämlich... ...das Buch. Das Buch... ...und... ...das Buch. Und das hat tatsächlich... ...irgendwas gemacht. Gut, ich muss dann wahrscheinlich... ...die richtigen Bücher... ...an den richtigen Mann bringen. Oder an die richtige Frau. Mäh. Au, das... ...tat weh. Das wird noch mehr weh tun. Ey, cool, dass er weg springt. Das ist wirklich... ...nicht so cool. Ich kann ja aber Leben entziehen. So, und dich töten. Gut. Das heißt, ich habe hier noch Ideologie... ...und ich habe... ...ääh... ...Dings... ...Fiction. Okay, das könnte... ...wieder interessanter werden. Sicherheitshalber hier mal... ...zumachen, falls hinter mir was... ...bohrt. Au. Das war ein Fehler von mir... ...das Zweite einzuschlagen. Jedenfalls nicht so lange... ...der eine nicht... ...tot ist. Ich warte jetzt einfach, bis ich... ...die restlichen... ...Fomium... ...ääh... ...energie... ...regeneriert habe. Bevor wir uns das... ...Erfahrungspunkte-Zeug. So, sorgt dem Leben ab. Bring ihn langsam... ...aber sicher um, hoffe ich mal. Aha. Schön zu wissen. Chief Officer of... ...Arx Vaporum. Okay. Klar ziehe ich an dir. Genau, bis hier nichts weiter... ...als eine Todesfalle. Okay, da wir das... ...geklärt haben. Gucken wir mal... ...hier rein. Nur mal herauszufinden, dass hier... ...ein leerer Raum ist. Ja, okay. Hm. Okay. Das bringt mich einfach hier hin... ...irgendwo. Okay. Da muss ich was hinlegen. Okay. Okay. Da muss ich was hinlegen. Na, ich verstehe. Und wir können es sogar wieder haben. ... ... ... ... ... ... selbe spiel wohl auf der anderen seite nur dass hier der golden key ist sehr schön okay doch kein spiel auf der anderen seite gut niemand der mich töten will keine bücher zum einsacken nur hier unterlagen worte des ordnern lucy page das wird langsam absurd diese charlatan in laura hat mich um besetzt zum auxilary aux das ist hat irgendwas mit sound zu tun als eigentlich mit wahrscheinlich aufnahme unterstützungsteam um zu verhindern dass ich an den meetings teilnehmen sieht niemand was hier vor sich geht mit einem akademischen titeln textbüchern und extensiver publikation in wissenschaftlichen journalen ist es nun mein job teströhren zu handhaben wenn nicht irgendjemand eingreift wird laura das ganze projekt zum fall bringen und alle die guten leute mit sich lucy page substance field assistant der axpedia kann ich mal zu machen da haben wir ja alles ja gut gut fiction die waren auch schon mal richtig ich weiß jetzt nur nicht ob das ein super secret ist oder ob die fürs weiter vorankommen sind ich hoffe mal es ist ein super secret ich könnte jetzt theoretisch rüber gehen und die engineering bücher mal abladen ja das ist gefährlich okay ich bin tot ich bin tot hm 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 Kann nämlich nicht sein, dass das so getimt ist. Nein. Hm. Das ist jetzt seltsam. Ich sehe halt auch nichts irgendwie zum Drücken. Ich sehe halt auch nichts. Ich sehe halt auch nichts.